Willkommen liebe Leute zu Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, endlich kommt Metal Gear Solid auf die Next Gen Konsolen und allgemein endlich wieder zurück. Ich freue mich wirklich sehr, vor ein paar Wochen haben wir Metal Gear Solid 3 Snake Eater abgeschlossen als Let's Play und ja, jetzt kommt der kleine Prolog. Du zu Phantom Pain, was wahrscheinlich Anfang 2015 kommen soll, gerüchterweise, man weiß es nicht ganz genau, wann das kommt. Und ja, wir zocken das Ganze auf der PS4 und legen gleich mal los. Und ja, bevor wir richtig anfangen, schauen wir natürlich jetzt noch was auf welche Beschädigkeitsgrad. Ich würde gleich mal extrem nehmen. Nein, Spaß. Wir zocken auf normal und ja, ich schätze mal, jetzt kommt eine lange Cutscene, so wie es halt üblich ist für diese Spielereihe, die wirklich grandios ist. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf das Let's Play, was nicht lange gehen wird, hat man schon gehört, dass man das teilweise unter einer Stunde locker durchzocken könnte. Würde ich mich trotz allem sehr freuen über ein Like und ob ihr die Serie mögt, ob ihr darauf wartet, auf Phantom Pain, ob ihr da selber zocken werdet und so weiter. Und ja, wie gesagt, zocken das jetzt auf der PS4. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber genug gequatscht. Fangen wir einfach mal an. an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast es geschafft. Wie fühltest du zu spielen als Traitor? No mehr Wargames. Du bist ein wahrer Mann, jetzt, Soldat. Du bist ein wahrer Mann. Ich gebe meine Begrüßung an deinem Boss, wenn du nach Hause bist. Ich werde ich ihn durchführen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Move! 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 I'm in front of the prison camp. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Kept you waiting, huh? Geekho and PAS are being held in an old unused part of the compound. Get inside and head northeast. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight before you go any further, use your binoculars to recon the area. Alter, alter schwelle Leute. Okay, endlich ist Big Boss zurück. What can I do next to you? Yes, there is a door. I think you can get that door open. Your binoculars are equipped with a directional microphone. You should be able to listen in on whatever they're pointed at. Ah, there, zoom, zoom. I'm so dumb. So, cool. You can mark them directly, or what? You can either break through the fence or go back to the fence. or go around. What do you think? Yeah, let me just look at what we're doing. We should definitely go to the north-west. There is the direction. I don't know if you can even go over the fence here. What? The best we just travel. Right? Uh, sure. The camera is pretty cool. And the cutscenes of course. Hey, that's why I'm just familiar with this. The camera is very cool. And the cutscenes of course. And now a better optic. Ha. Cool. Let's go to the end. Vielen Dank.